Dann sage ich ganz herzlich willkommen zum heutigen Online-Event auf E-Teaching-Off. Mein Name ist Anne Kilosen und ich moderiere die Veranstaltung. Die Veranstaltung mit dem Titel Videoeinsatz in der Lehre zwischen didaktischem Potenzial und Hochschulrealität, mit der wir die Online-Veranstaltungsreihe zu unserem aktuellen Themen-Special beginnen. Das Themen-Special heißt Lehren und Lernen mit Videos und ist Ende letzter Woche online gegangen. In unserer heutigen Online-Veranstaltung wollen wir mal ein bisschen anders vorgehen, als wir das sonst normalerweise machen. Es beginnt also nicht mit zwei Vorträgen der eingeladenen Gäste, sondern wir wollen gleich von Anfang an ins Gespräch miteinander kommen. Und deswegen möchte ich zu Beginn die beiden Gäste vorstellen. Das ist zum einen Herr Dr. Michael Gerd von der Universität Halle-Wittenberg. Hallo. Er hat Journalistik und Politikwissenschaft studiert und in Politikwissenschaft promoviert. Er hat schon sehr früh, nämlich 2004, eine E-Learning-Software zu einem, wie ich finde, ganz ungewöhnlichen Thema erstellt, nämlich Luhmann für Einsteiger, eine Einführung in die Systemtheorie nach Niklas Luhmann. Das ist sicher eher ungewöhnlich im Bereich E-Learning. Dann hat er von 2007 bis 2012 den E-Learning-Service der Universität Leipzig geleitet und in dieser Funktion auch mehrere Drittmittelprojekte durchgeführt, unter anderem das ESS-Projekt SECO, Sächsisches E-Kompetenzzertifikat, das ein Verbundprojekt mit mehreren sächsischen Hochschulen war. Und seit 2013 ist er jetzt an der Universität Halle-Wittenberg Geschäftsführer des LLZ, des Zentrums für Multimediales Lehren und Lernen. Das ist eines der größeren Projekte des Qualitätspaktes Lehre. Und zum Thema unserer Veranstaltung würde ich sagen, so plakativ mal zusammengefasst, das ist vielleicht ein bisschen verkürzt, aber noch plakativ, er ist also für die operative Umsetzung von E-Learning, für strategische Planung, Strukturen, Support, solche Dinge zuständig, wie wir damit sicher gleich noch korrigieren oder ergänzen. Herzlich willkommen auch unserem zweiten Gast, dem Kognitionspsychologen Stefan Spahn. Herr Professor Stefan Spahn ist ein Kollege am Leibniz-Institut für Wissensmedien, zu dem ja auch eTeaching.org gehört. Und er leitet hier im Haus die Arbeitsgruppe Wissenserwerb mit Cybermedia. Er ist Professor für Lehr- und Lernforschung und Psychologie und er hat sich mobilisiert und sich habilitiert. Er hat bereits am Vorgängerinstitut des IWM gearbeitet, dem Deutschen Institut für Fernstudienforschung. Er war außerdem wissenschaftlicher Angestellung in einem Projekt VirtuGrade, einem virtuellen Graduiertenkolleg, also einem Graduiertenkolleg, das nicht vor Ort an einem Ort zusammen war, sondern virtuell verteilt. Und seit 2004 ist er jetzt Professor für Lehr- und Lernforschung am Landesinstitut für Wissensmedien und er befasst sich mit seiner Arbeitsgruppe, mit den kognitiven Prozessen bei der wissensbezogenen Nutzung, das muss ich jetzt ablesen, von dreidimensionalen und interaktiven Bildmedien, Cybermedien, Videos, aber auch 3D-Medien. So haben Sie schon mal eine grobe Einordnung für unsere heutigen Gäste und jetzt zur heutigen Veranstaltung. Ich sagte schon gerade, das Event soll ein bisschen anders ablaufen als normalerweise. Wir haben also keine zwei Vorträge, sondern die inhaltliche Grundlage ist ein Vortrag, den ich vor einem Monat an der Universität Halle Wittenberg auf Einladung von Herrn Gerd halten durfte. Und da habe ich so einen Überblick gegeben über den Stand von Einsatz von PIDEO im deutschen Hochschulkontext, soweit ich das damals sehen konnte. Und einige von den wesentlichen Aspekten aus diesem Vortrag möchte ich heute mit den beiden Gästen diskutieren. Im Vorfeld stand ja die Veranstaltung schon online. Wer sie da noch nicht gesehen hat, kann das im Nachhinein tun. Ich möchte jetzt für diese Diskussion einfach nur einige wesentliche Aspekte herausgreifen und im ersten Teil eben einige Aspekte dieser Veranstaltung diskutieren und im zweiten Teil die Diskussion für alle öffnen. Sie können natürlich auch gerne schon des ersten Teils Fragen stellen. Ich versuche die dann aufzunehmen, wenn ich was verpasse. Das wird mein Kollege Philipp Meier im Hintergrund das nachher nochmal zusammenfassen oder auch einspielen, sodass dann keine Fragen verloren gehen. Und gleich können ja auch die beiden anderen ein bisschen auf den Chat gucken, sodass wir uns da gemeinsam unterstützen dabei. Ja, wir beginnen mit dieser Veranstaltung des eTeaching.org Themen-Special Lehren und Lernen mit Videos. Und was wir schon mehrmals betont haben, wir haben auf den Call zu diesem Themen-Special so viele Rückmeldungen bekommen wie noch nie zuvor. Diese Folie habe ich auch in Halle gezeigt. Die Rückmeldungen, die wir bekommen haben auf den Call, bezogen sich auf unterschiedliche Themenfelder. Zum einen auf den großen Bereich Medientechnik mit den Aspekten technischer Ausstattung, Videoproduktion, auch Darstellungsformen und Darstellungsformate. Sie bezogen sich auf den Bereich didaktisches Design. Das heißt, wir haben Vorschläge bekommen, wie man Videos in unterschiedlichen Fachbereichen einsetzen kann oder auch wie man unterschiedliche Formen von Videos einsetzen kann, zum Beispiel Live-Übertragung, Videoconferencing. Dann gab es einige Einreichungen zu dem großen Bereich Organisation. Welchen Support muss eine Hochschule liefern? Hat die Hochschule so etwas wie eine Strategie? Wie werden die Videos zur Verfügung gestellt? Zum Beispiel als Open Educational Resources oder auf anderem Weg. Und es gab den großen Bereich Lehrszenarien. Innerhalb welcher Szenarien werden Videos eingesetzt? Häufig thematisiert wird dabei natürlich das Feld Inverted Classroom, also das Video als Vorbereitung und die Präsenzveranstaltung wird dann ganz anders gestaltet oder Videos im Kontext von Blended Learning oder das große Themenfeld Moves, Masters Open Online Courses, die ja wesentlich auf Videos basieren. Wir haben also aus allen diesen Themenbereichen Rückmeldungen auf den Call bekommen und die werden auch im Themenspecial sukzessive thematisiert. Aber jetzt würde ich als erstes meine Gäste bitten, sich in diesem großen Themenfeld selbst einmal einfach zu verorten und zu sagen, wo der eigene Arbeitsbereich liegt, was Sie da genau in Ihren Tätigkeiten tun und untersuchen. Also vielleicht Sie zuerst, Herr Gerd? Da muss ich den Baulernen wieder anschalten, aber er ist gerade ruhig. Also ich meine, das Zentrum für Multimediales Lernen und Lernen ist in allen vier Bereichen eigentlich unterwegs. Also wir müssen Strukturen innerhalb der Organisation verändern oder überhaupt erst einmal etablieren. Medientechnik muss installiert und supported werden. Das ist auch Teil unserer Aufgabe. Und dann durch die Beratung der Lehrenden sind wir bei Ideen, ja auch Beratung im didaktischen Design und bei Lehrszenarien natürlich auch zuständig. Also so einen Schwerpunkt kann man gar nicht genau sagen, das betrifft alle vier Bereiche bei uns. Also war das falsch, als ich Sie eben nur dem Support und der Organisation zugeordnet habe? Insofern ja. Ich meine, mein eigener Themenbereich, ich bin als Geschäftsführer, ist man natürlich eher sozusagen im Organisationsbereich zuständig, aber das gesamte Zentrum ist dann auf allen vier Bereichen dann tätig. Okay, Stetan. Gut, dann übernehme ich nochmal. Ja, also wir würden uns, oder meine Abteilung würden uns primär auf der rechten Seite der Folie einordnen. Ich bin ja von Haus aus Psychologe und wir interessieren uns vor allem dafür, wie diese verschiedenen Angebote bei den Lernern ankommen. Das geht von Motivation über, wie gehen diese Lerner überhaupt mit solchen Videoangeboten um, wenn sie beispielsweise interaktiv sind, was wird da genau genutzt, wie muss man Videos gestalten, damit sie besonders lerneffizient sind. Und wir schauen uns eben von Seiten der Lerner primär an, sodass also didaktisches Design und diese Lehrszenarien der primäre Schwerpunkt bei uns wären. Ich frage bei dir nochmal gleich nach, wie untersucht ihr das? Wir interessieren uns vor allem für Lernen, Wissenserwerb, auch Interesse. Das heißt, wir machen mit den Lernern dann bestimmte Testverfahren. Normalerweise gibt es so, dass wir verschiedene Varianten eines Videos oder mehrerer Videos zu einem Thema haben, die sich beispielsweise in der Art und Weise ihrer interaktiven Erschließung voneinander unterscheiden oder die sich darin unterscheiden, ob der Lerner direkt persönlich angesprochen wird oder eher in einem unpersönlichen Format die Information dargeboten wird. Die Lerner können dann mit diesen Videos arbeiten, teilweise dürfen sie Notizen machen, teilweise sollen sie sich die Videos nur anschauen. Dann ist häufig so eine gewisse Delay-Phase, also nicht unmittelbar nach dem Video werden wir testen, sondern wir lassen einen gewissen Zeitraum verstreichen, um zu schauen, ob diese Videos auch wirklich einen längerfristigen Lernererfolg haben. Und dann, je nachdem, machen wir entweder relativ kurze Tests oder das können auch schon sehr umfangreiche Sachen sein, wo dann sehr genau geschaut wird, welche der Inhalte, die in den Videos besprochen wurden, wurden denn behalten? Wie genau werden die behalten? Welche Details können wieder gegeben werden? Das sind alles so Aspekte, die wir dann in unseren Untersuchungen mal genauer unter die Lupe nehmen. Vielen Dank. Ich habe das jetzt auch so genau nachgefragt, damit Sie als Teilnehmer wissen, welche Fragen Sie an welchen von unseren Gästen stellen können. Und wir werden sicher auch auf einige von den Fragen, wie man nämlich mit den Videos am besten lernt und was da bei euch rausgekommen ist, im weiteren Gespräch noch zu sprechen kommen. Meine nächste Frage an Sie, Herr Gerd. Ich habe es ja schon erwähnt, das LZZ ist eines der größeren Projekte des Qualitätspakts Lehre. Sie haben praktisch eine sehr große E-Learning-Einrichtung und Sie haben im Rahmen des Projekts innerhalb sehr kurzer Zeit jetzt sehr viele Hörsäle mit Aufzeichnungssystemen ausgestattet. Wie kam es zu dieser strategischen Entscheidung und wie fällt so eine Entscheidung, wer ist daran beteiligt und was versprechen Sie sich vor allen Dingen davon? Es ist ein BNBF-Projekt, das heißt, die Entscheidung dafür fällt in der Antragsphase schon. Das kann man dann hinterher während des Projektes, das weiß jeder, der damit zu tun hat, nur noch sehr schwer ändern. Es ist eine strategische Entscheidung insofern, dass man verschiedene Ziele mit einem Schlag zusammenbekommt. Also wir haben insgesamt jetzt 18 Hörsäle ausgestattet mit einer automatischen Aufzeichnungssoftware, mit OpenCast Matterhorn, auch fest installierte Geräte. Ziel ist 23 Hörsäle. Und ein Vorteil ist, dass erst mal Studierende das wünschen. Also es gibt Befragungsergebnisse, Studierende zu 70, 80 Prozent möchten, die das einfach haben, aus naheliegenden Gründen. Wobei das eher eine Servicefunktion ist. Aber man kann dann natürlich noch andere Ziele hinten dranhängen. Also zum einen gewöhnen Sie Lehrende an die Verwendung multimedialer Elemente. Es gibt so einen Veralltäglichungseffekt, der ist nicht zu unterschätzen. Man führt Leute ran, weil das ist ja relativ unaufwendig für die Lehrenden. Man kann da reingehen, drückt auf den Knopf und das geht. Wobei wir im Moment gerade mit Softwareproblemen zu kämpfen haben, wenn man es in die Breite macht. Das muss man auch beachten. Aber dann hat man auch Material, und zwar sehr viel Material, aus dem man noch was machen kann. Also nur die Vorlesung aufzuzeichnen und zur Verfügung zu stellen, hat einen Serviceaspekt, ja. Aber ich glaube, das rechtfertigt den Aufwand nicht. Den materiellen Aufwand, den man hat, um das da überall reinzubauen, ist nämlich nicht ganz billig. Etwa 20.000 Euro pro Hörsaal sind die Investitionskosten. Aber Sie kriegen dadurch einen Haufen Material, was Sie mit händischen Aufnahmen, so wie das normalerweise gemacht wird, wenn man anfängt, so mit, was ich, zwei studentische Hilfskräfte gehen mit Kamera in den Hörsaal, nehmen das auf, schneiden lassen, Daten hoch. Das können Sie natürlich mit 20 Aufnahmen parallel nicht mehr machen. Und aus dem Material kann man dann was herstellen. Also A, sind neue didaktische Modelle möglich. Dieses ICM zum Beispiel wäre ja ein Modell. Oder aber man nimmt das Material, macht daraus kleine Lerneinheiten oder Kursmodule bis hin zu, ja, auch den berühmt-berüchtigten MOOCs, wobei das noch ein neues Thema ist. Aber es ist also, die breite Vorlesung aufzuzeichnen, hat einen strategischen Ansatz, den ich mal so als ersten Schritt bezeichnen würde und den man natürlich dann aber weiter verfolgen muss. Ich greife einfach mal dieses Thema Vorlesungsaufzeichnung, was wir jetzt natürlich angeschnitten haben, weiter auf. Für die Veranstaltung in Halle habe ich mir einfach mal angesehen, welche Arten von Vorlesungsaufzeichnungen zurzeit meiner Zeitung besonders häufig sind. Und das sind folgende Formen. Einfach erstmal das Abfilmen dessen, was in einer Veranstaltung passiert. Hier haben wir zwei Beispiele, den Anschritt an einer Tafel oder auch einen Referent, der praktisch vor seiner Präsentation steht. Und das wird einfach abgefilmt. Dieses Beispiel ist praktisch dasselbe wie links daneben. Das handelt sich um dieselben Folien, nur sieht man da keine Referentenaufzeichnungen daneben. Und das vierte Beispiel, nebeneinander präsentiert die Präsentationsfolie und das Bild des Referenten. Herr Gerd, welche von diesen Formen wird bei Ihnen am häufigsten praktiziert? Na, wir haben die ganz oben rechts. Das ist eigentlich mit die komfortabelste, wobei der noch was fehlt. Also, wir haben praktisch dann drei Streams. Also, wir haben den Vorlesenden, wir haben die Folien und das Audio dazu. Was hier fehlt, was uns derzeit noch fehlt in der gegenwärtigen Version, soll aber nächstes Jahr besser werden, ist die Kommentierungsfunktion. Das werden noch Aufklaps und Zusatzmenüs, die dann drin sind, was ja komfortabel ist bei OpenCast, dass es halt auch eine automatische Bilderkennung gibt. Das heißt, man kann direkt zu bestimmten Foliensprüngen hin navigieren bis hin zu OCR, was auch schon eingebaut ist, sodass man das dann online auch durchsuchen kann. Also, das ist die komfortabelste Variante. Die unten rechts wird auch hin und wieder gehandhabt, wenn nur ein Rekorder eingebaut ist. Also, man braucht dann auch zwei Rekorder, wenn man diese beiden Videostreams aufnehmen will. Das ist technisch ein bisschen herausfordernd, aber unten rechts, das geht halt praktisch auch. Stefan, könnte man aus psychologischer Perspektive sagen, eine von denen ist besonders günstig? Ich glaube, das kann man nicht so generell sagen. Das hängt natürlich sehr stark vom Thema ab, dass diese Vorlesung dann auch zum Inhalt hat. Man muss sich jeweils, wenn man so eine Vorlesung aufzeichnet, immer sehr genau überlegen, geht es jetzt in meiner Vorlesung primär um die Inhalte, die über die Folie präsentiert werden oder spielt das, was sozusagen der Referent sagt, eine dominante Rolle. Das kann natürlich auch während der Vorlesung selber wechseln. Mal steht eher die Folie im Vordergrund, mal steht eher der Referent im Vordergrund. Am idealsten ist, wenn das dann entsprechend durch die Regie gewissermaßen mit berücksichtigt wird, sodass einmal entweder die Folie sehr stark präsentiert wird, ohne dass man unbedingt den Sprecher mit dazusehen muss. Und zu einem anderen Zeitpunkt während der Vorlesung kann es günstiger sein, dann wirklich den Sprecher sehr groß im Bild zu haben und eventuell sogar auf die Folie dann zu verzichten. Kleiner Einwurf, also es ist noch komfortabler. Also Regie geht nicht, weil wenn wir automatisch aufzeichnen, sitzt ja keiner mehr dabei und verfolgt die ganze Sache. Es geht noch besser, der Betrachter kann jeweils entscheiden, was er sehen will, ob er eher die Folien groß schiebt oder klein schiebt. Das ist dann sozusagen an den Betrachter verschoben. Ja, wobei man da immer berücksichtigen muss, diese Regie an den Lerner zu übergeben, ist für den Lerner natürlich nochmal ein zusätzlicher mentaler Aufwand, den er da betreiben muss. Aus unseren Erfahrungen heraus ist es günstiger, die Folien schon im Vorfeld so zu gestalten, dass das sozusagen lernoptimiert ist. Was nicht heißt, dass man den Lernern nicht durchaus diese Möglichkeiten geben sollte, das selber noch nachzusteuern, wenn sie möchten, aber es sollte praktisch eine Default-Version dargeboten werden, die in dieser Hinsicht schon optimiert ist. Jetzt kommen wir genau in die Diskussion, die, glaube ich, für viele spannend ist. Es gab auch schon eine Frage, die ich aber noch einen Moment zurückstellen möchte, nachdem ich zuerst mal alle Teilnehmer Folgendes fragen möchte. Also Herr Gertz, Sie hatten ja schon zu Anfang erwähnt, Videoaufzeichnungen sind vielleicht so etwas wie ein Einstieg. Und ich habe jetzt auf einer Folie hier zusammengestellt, dass es ja doch eine Menge Einwände gegen Veranstaltungsaufzeichnungen gibt. Und die möchte ich jetzt mal vorlesen. Es könnte sein, dass a. sich Studierende in Präsenzveranstaltungen nur unzureichend auf die Inhalte konzentrieren, kaum Mitschriften anfertigen oder gänzlich abschalten, also während der Präsenzveranstaltung. Das b. Weil ein Video zur Verfügung steht, aufgrund der vermeintlichen Einfachheit der Rezeption von Videos, die Inhalte ebenfalls nur oberflächlich verarbeitet werden. c. Dass die Teilnahme an der Präsenzveranstaltung sinkt und die Auseinandersetzung mit den Inhalten nur noch alleine im stillen Kämmerlein und nicht mehr im Diskurs erfolgt. d. Dass das Lernen bis kurz vor der Prüfung aufgeschoben wird, weil man eben dann erst alle Veranstaltungen sehen möchte. Und darüber möchte ich Sie bitten, Ihre Perspektive abzugeben. und schalte es jetzt gerade um. Es dauert ein bisschen, bis es lädt. Das heißt, Sie können für die D oder D ihre Stimme abgeben. Die Frage ist also, welche dieser Risiken ist aus Ihrer Perspektive am größten? Sind noch alle eingeladen, Ihre Stimme abzugeben? Die Referenten dürfen auch mit abstimmen. Okay, dann beende ich jetzt mal die Abstimmung und zeige das Ergebnis an. So sollte es nicht aussehen. Kann man das jetzt sehen? Hallo? Haben wir eine Rückmeldung? Okay, sind die Ergebnisse jetzt sichtbar? Wunderbar. Ja. Wunderbar. Das heißt, wir haben einen Gleichstand zwischen C und D. Und dann gebe ich die Frage weiter an Herrn Gerd. C. Die Teilnahme an den Präsenzveranstaltungen sinkt. Kann man sowas feststellen bei Ihnen an der Uni? Ja, kann man. Ist sehr unterschiedlich. Es gibt Präsenzveranstaltungen, die haben fast keinen Schwund. Es gibt Veranstaltungen, die haben 25 und 30 Prozent. Und das ist, glaube ich, normal. Das ist, glaube ich, ganz allgemein bei allen aufgezeichneten Vorlesungen. Ich sehe es nicht als kritisch an. Sondern ich glaube, das ist genau die Anzahl an Studierenden, die das eben als Service begreifen und vor allem eben aus ganz logistischen Gründen einfach nicht kommen können. Die haben halt etwas anderes vor. Es gibt ja viele Gründe. Überlagerung von Lehrveranstaltungen, Arbeiten, Mutter, Kinder, ich weiß nicht was. Ich sehe es nicht als kritisch an. Gut, dann quasi gleichauf liegt B. Die Inhalte der Videos werden nur unzureichend verarbeitet. Das wäre jetzt eine Frage an den Psychologen oder vielleicht auch an Herrn Gerd, weil eben kam schon die Frage, hat sich das Lernverhalten verändert? Gibt es Evaluationsergebnisse von Veranstaltungen mit und ohne Aufzeichnungen, die zur Verfügung stehen? Aber zuerst an den Psychologen. Ja, da gibt es zwei Antworten drauf. Also vermeintliche Einfachheit der Rezeption von Videos. Da denkt man ja immer an diese Couch-Potato-Situation sozusagen. Das Fernsehen, das ist ja so ein gängiges kulturkritisches Standard. Da wird eher passiv die Informationen verarbeitet werden. Diese Gefahr würde ich jetzt bei diesen Vorlesungsaufzeichnungen eher weniger sehen. Einfach aus dem Grund heraus, dass diese Videos ja häufig zielgerichtet genutzt werden. Man schaut die sich nicht an wie ein Dokumentarfilm im Fernsehen, über den man zufällig gestolpert ist, sondern meistens mit einem Lernzieher vor Augen. Wenn man auch an D schaut, hier das Lernen bis kurz vor die Prüfung hinausgeschoben wird. Also das heißt, es ist meistens prüfungsorientiert auf das Lernen. Und insofern gehe ich davon aus oder zeigen auch Studien, dass Lerner sich durchaus sehr intensiv mit solchen Videos auseinandersetzen, ähnlich wie mit Texten. Man kann sich dann eher fragen, für welche Inhalte sind Videos besser geeignet und für welche Inhalte werden Textmaterialien besser geeignet. Eine andere Frage der oberflächlicheren Verarbeitung, die hängt sehr stark mit A zusammen. Ich hätte mir eigentlich auch für A ein paar Prozent mehr erwartet, in dem Sinne, dass es natürlich so ist, dass die Studierenden sich sagen könnten, okay, ich muss in der Vorlesung nicht so viel mitschreiben, weil das Mitschreiben, das ich mache, ist ja typischerweise dafür da, dass ich das später nochmal nachschlagen kann und nachlesen kann. Und da habe ich ja jetzt die Videokonserve, dann brauche ich das nicht zu tun. Nur ist es so, dass das Nachlesen nur ein Effekt dieser Mitschriebe ist. Man weiß aus vielen Studien, dass das Mitschreiben als solches schon sehr stark gedächtnisfestigend sich auf die Inhalte auswirkt und es deswegen immer sehr gut für die Studierenden ist, wenn sie sozusagen Aufzeichnungen während einer Vorlesung machen. Das würde jetzt auch bedeuten, dass wenn ich zum Beispiel nicht in die reale Vorlesung hineingehe, sondern mir diese Videokonserve der Vorlesung anschaue, es für mich eigentlich auch am besten wäre, als Studierender aus diesen Videonotizen herauszumachen, entweder indem ich direkt das Video annotiere oder mir handschriftlich Notizen mache. Und da sehe ich die Gefahr, ich kenne eigentlich keine empirischen Studien dazu, aber dass die Studierenden darauf achten sollten, mit solchen Online-Vorlesungen in einer ähnlichen Weise mit schriftlichen Notizen umzugehen, wie das bei einer realen Vorlesung auch der Fall wäre. Okay, ich hatte gerade Herrn Gerd gefragt, die Frage tauchte ja schon auf, gibt es bei Ihnen Ergebnisse dazu, dass sich zum Beispiel Prüfungsergebnisse verbessert haben von Veranstaltungen, wo Videoaufzeichnungen vorliegen und Veranstaltungen, wo das nicht der Fall ist? Haben wir noch nicht. Ich meine, es ist auch sehr schwierig, einen Lernerfolg zu messen. Das ist ja ganz allgemein ein Messproblem oder ein Methodenproblem, wie man es machen will. Wir haben noch nicht diese Vergleichsgruppen gemacht. Was wir fragen, sind Studierende, ob sie zufrieden sind, also der subjektive Einfluss. Der Eindruck der Studierenden, der ist positiv. Also aus Studierendesicht ist das ein ganz klarer Vorteil gegenüber einer Nichtaufzeichnung. Mit der Annotationsfunktion, das ist ganz klar eine Sache, die hätte ich sehr gerne. Ich glaube, das macht Sinn aus vielen Gründen. Also auch eine individuelle Annotationsfunktion plus noch eine Freigabe, eine kollaborative Funktion, ist derzeit technisch einfach noch nicht möglich bei unserer Software, aber das hätte ich gerne, ja. Ich glaube, daraus kann man dann noch ein bisschen mehr machen. Was wir sehen, statistisch ist klar, das sehen andere auch am Ende, kurz vor der Prüfungszeit gehen die Zugriffszahlen extrem nach oben. Das ist normal. Kommt jetzt auch wieder drauf an, was das für eine Veranstaltung ist, ja. Wenn man sagt, das, was auf den Folien steht, ist Prüfungsstoff, dann ist das auch völlig normal und muss man aber nicht so machen. Kommt also auch darauf an, wie die Veranstaltung angelegt ist und wie die Lehrenden das ihren Studierenden erläutert haben, was dann kommen soll. Hier im Chat kommt jetzt so ein bisschen die Anmerkung, das wäre ja Sache des eigenen Typs, wie man bei einer Veranstaltung folgt, egal ob eine Präsenzveranstaltung oder eine Aufzeichnung, also ob man sich Notizen macht oder nicht. Aber Stefan, wenn ich dich richtig verstanden habe, würdest du schon dazu anregen, die Studierenden auch entsprechend zu motivieren, trotzdem weiter mitzuschreiben und da auf solche Sachen nochmal speziell hinzuweisen? Genau, also Lernpsychologisch hat sich das einfach als sehr gute Strategie, als sehr effiziente Strategie herausgestellt. Es gibt neue Untersuchungen zu realen Vorlesungen, jetzt nicht zu Online-Vorlesungen, aber zu realen Vorlesungen, die zum Beispiel auch untersucht haben, ist es günstiger, wenn ich handschriftlich meine Notizen aus der Vorlesung mache oder die direkt in mein Notebook oder mein Laptop eintippe und es hat sich gezeigt, dass die handschriftlichen Aufzeichnungen, was die Lerneffizienz oder Lerneffektivität anbelangt, deutlich besser abgeschnitten haben, als direkt in den Laptop das einzutippen. Man hat dann die Inhalte genauer analysiert und gesehen, dass die, die in das Laptop eingetippt haben, viel stärker dazu tendiert haben, ohne groß nachzudenken, einfach das, was gesagt wurde, sozusagen den Inhalt wieder abzuschreiben, der in der Vorlesung gesagt wurde, während die, die handschriftlich das notiert hatten, stärker selektiert haben und sozusagen über die Inhalte nachgedacht haben und deswegen dann auch bessere Lernergebnisse hatten. Aber generell ist Aufzeichnungen machen oder Notizen machen eben eine typische Strategie des aktiven Umgangs mit Lerninhalten, auch in Vorlesungen. Aktiver Umgang ist immer sozusagen sehr gut für Verstehensprozesse und Behaltensprozesse. Worüber wir bisher gesprochen haben, war Vorlesungsaufzeichnung, also die Aufzeichnung einer kompletten Veranstaltung. Herr Gerz, Sie hatten eben schon angesprochen, da kann man ja dann auch noch einiges draus machen. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal weiter zum Thema unterschiedliche Videoproduktionsstile und nenne hier zuerst mal die beiden, wo noch eine Person zu sehen ist, die zum Beispiel an ihrem eigenen Schreibtisch sitzt und einen Vortrag hält oder aber eine Präsentation vor Slides hält, mit Greenscreen dann eingeblendet ist oder aber Varianten, wo eine Person eigentlich gar nicht mehr zu sehen ist, sondern nur noch vielleicht schemenhaft im Hintergrund oder auch gar nicht, nur noch ein Stift, der etwas aufzeichnet und so, dass man einfach mehr dem mündlichen Vortrag folgen kann. Diese vier Typen habe ich jetzt mal mit Buchstaben präsent und möchte sie noch mal für einen eigenen Eindruck gewinnen. Wenn Sie selbst morgen ein Lernvideo produzieren sollten, also keine Veranstaltungsaufzeichnung, sondern ein kürzeres Video, welchen dieser vier Typen würden Sie nehmen? Ja, Abstimmung läuft immer noch. Und klar, ganz wichtig, der Hinweis im Chat kommt darauf an, welchen Inhalt man vermitteln will oder auch eine Mischung. Okay. Ich veröffentliche mal wieder die Ergebnisse. So, jetzt weiß ich wieder nicht. Kann man es jetzt sehen? Wir machen mal dieselbe Frage. Jawohl. Okay. Und wir haben wieder zwei Typen, die sozusagen gleich aufliegen, links oben und rechts unten. Also nur der Herr vor seinem Schreibtisch und ganz ohne Hand, das liegt weit hinten. Auch da wieder die Frage am Psychologen. Wie wichtig ist die Person, die zu sehen ist? Also wenn wir die beiden oberen A und B miteinander vergleichen, würde ich auch ganz klar für A optieren. Also man kann sich immer überlegen, wie viel, wenn ich jetzt mal von der Person ausgehe, wie viel Textunterstützung sollte ich in dieses Video noch einbauen? Im rechten Fall sieht man ja nur die Person und B sieht man ja nur die Person sprechen. Im linken Fall sieht man die Person sprechen und ich vermute, dass dann bestimmte Kernaussagen nochmal durch den Text sozusagen mit begleitet werden. Und auch da zeigt die Lernforschung, dass das eine deutlich bessere Variante ist, vor allem wenn es um komplexe Inhalte geht. dass es dann so ist, dass wenn der verbale Text nochmal begleitet wird von dem geschriebenen Text, dass das sich lernförderlich auswirkt bei solchen Videos. Allerdings muss man darauf achten, dass der Text nicht identisch ist. In dem Fall, wo der Text identisch ist oder der Text, der eingeblendet wird, sehr stark sich unterscheidet von dem, was verbal gesagt wird, ist es eher schlecht. Während wenn es so eine leichte Abweichung gibt, also eine kleinere Diskrepanz, das scheint die Lerner am meisten sozusagen zu einem wegreflektierten Umgang mit diesem Gesagten anzulegen und hat sozusagen die besten Wissenserwerbwerte in Studien dann auch gefunden. Das also zu diesem Vergleich von A und B. Zum Vergleich von C und D, da ist es ähnlich. Auch da würde ich jetzt, so wie die meisten, für D optieren. Es gibt neue Studien, die zeigen, dass es tatsächlich sich förderlich ausgewirkt hat, wenn die Hand desjenigen, der da diese Grafik entwickelt, mit im Bild gezeigt wird, dass dann die Inhalte elaborierter, also tiefer verarbeitet werden von den Lernern. Und es hat sich auch gezeigt, in diesen Studien, dass es eben sich sehr günstig für die Lerner darstellt, wenn ein grafisches Argument, also so eine Zeichnung oder eine grafische Darstellung sukzessive aufgebaut wird und nicht schon von vornherein vollständig im Bild zu sehen ist. Also dieser sukzessive Aufbau von bestimmten visuellen Argumenten, die dann mit einer verbalen Erläuterung begleitet werden und möglichst dann auch noch die Hand desjenigen, der da diese Grafik erstellt, mit im Bild hat. Das ist auch eine sehr effiziente Form oder sehr effektive Form der Wissensvermittlung. Hier war gerade die Frage im Chat, was ist denn wichtiger, Hand oder Talking Head? Das scheint mir jetzt so zu sein, dass das zwei ganz unterschiedliche inhaltliche Typen auch anspricht. Also wenn ich eine Philosophie-Vorlesung habe, beispielsweise, wo es sehr stark um das verbale Argument geht, dann würde ich ganz klar den Talking Head bevorzugen. Wenn es um naturwissenschaftliche Sachverhalte, zum Beispiel Chemie geht oder Mathematik, bei der eben diese grafische Darstellung sehr stark im Vordergrund steht, oder Formen-Schreibweisen beispielsweise, dann würde ich ganz klar diese grafische Darstellung bevorzugen. Ich gehe einfach mal weiter mit Typen, wie Inhalte per Video vorgestellt werden können. Ich schalte wieder auf unser ursprüngliches Layout zurück, sodass man auch die Teilnehmer sehen kann und nenne einfach noch ein paar weitere Videotypen. Dies scheint einfach auch ein Talking Head zu sein, ist natürlich auch ein sprechender Kollege. Unterschied zu den bisherigen Formen, einfach quick and dirty aufgenommen, ohne große Kamera und so weiter, oder spezielle Kameraeinstellungen, einfach quick and dirty am eigenen Laptop mit der integrierten Kamera, vielleicht um schnelle, kurze, emotionale Inputs zu geben. Dann die berühmten Legetechnik-Videos, wo Inhalte erklärten durch das Einschieben von Papierschnipseln und dem eigenen Zeichnen von kleinen Inhalten, also speziell erstellte Lerninhalte. Dann sowas, was wir heute machen, eine Online-Veranstaltung mit eingeblendeten Referenten per Video und was vielleicht relativ außergewöhnlich ist, einen Video-Inhalt zu mitnehmen auf dem eigenen Mobilgerät, hier Skifahren unterwegs am eigenen Smartphone, nochmal nachzusehen, wie man dies und das macht. Herr Gerd, welche von diesen Videotypen speziell erstellten Videos kommen denn in der Lehre tatsächlich vor? Also wenn wir nochmal eine Folie zurückgehen, ohne dass wir es machen, jeder erinnert sich, ganz oben links, das ist, glaube ich, das Teuerste, was man machen kann. Man braucht ein gut ausgeleuchtetes Studio. Das sind so Sachen, die macht man nicht einfach so am Schreibtisch. Unten rechts, das ist so ein typisches Beispiel gewesen, das D, was der Lerner tatsächlich selber machen kann, am Schreibtisch, wenn er die richtige Software dabei hat. Es kommt unheimlich darauf an, was das für ein Mensch ist. Also das sind alle Beispiele, die hier genannt sind, kann man schwer zentral steuern, sondern es kommt unheimlich auf den Lernden an, was er vermitteln möchte und ob er es so machen möchte. Mit Ausnahme das erste A, wie gesagt, das braucht eine große zentrale Unterstützung. Den Rest kann man weitgehend selber machen, wobei das mit den Softwarelizenzen auch nicht ganz klar ist. Wer jetzt weiß, Captivate ist nicht ganz billig oder Capira, da ist das Lizenzmodell noch nicht mal klar. Das ist für eine Uni als Organisation, die hunderten Lehrenden eine Lösung darstellen soll, schwierig. Also es läuft auf das Individuum hinaus im Moment noch. Das kommt alles vor, aber sehr unterschiedlich. Ich gehe gleich noch mal weiter mit meinen Fragen. Das sind Potenziale von Videos, die man so in klassischen E-Learning-Handbüchern oder Multimedia-Handbüchern liest. Sie kombinieren unterschiedliche Darstellungsformen, sie sind sehr anschaulich und sie ermöglichen, Sachverhalte so darzustellen, wie man sie sonst nicht sehen kann. Zum Beispiel, weil sie zu weit weg sind oder weil sie zu schnell oder zu langsam sind. Also wie zum Beispiel so eine Blüte, die sich öffnet. Das sind so klassische Vorteile, die man bei Videos sieht oder die man mit dem Lernen mit Videos verbindet. Aber die Videos, die jetzt so zusammen mit Vorlesungsaufzeichnungen und so weiter entstehen, die berücksichtigen alle diese Vorteile ja eher nicht. Sind das aber eher so die Videos, Stefan, die man aus lernpsychologischer Perspektive vielleicht noch eher einsetzen sollte? Also da muss man sich nochmal überlegen, was ist sozusagen das Vergleichsmedium? Bis jetzt, als es um diese Vorlesungsaufzeichnungen ging, da war das Vergleichsmedium sozusagen die Präsenzveranstaltung. Und es geht dann eher um die Frage, ich habe sozusagen den gleichen Darbietungsmodus, nur einmal als Konserve und einmal live. Live hat sozusagen den Vorteil der Spontaneität. Ich kann auch in der Vorlesung mich dann melden und nochmal Rückfragen stellen und so weiter. Konserve hat den Vorteil, dass diese Inhalte beliebig häufig abrufbar sind und dass ich die auch interaktiv steuern kann. Ich kann bestimmte Sachen, die da genannt wurden, mir mehrfach anschauen und das wiederholen, was ich in der normalen Vorlesung vermutlich nicht kann. Wenn wir jetzt hier auf die ganz klassischen Videos wechseln, dann geht es nicht mehr um diesen Vergleich, sondern da geht es eher um die Frage, für was sind Videos geeignet und für was wären eher Texte geeignet oder zum Beispiel Bildserien, so wie Comicstrips oder einzelne Bilder. Und da ist es so, dass sich in einer ganzen Reihe von Studien häufig gezeigt hat, dass solche dynamischen Darstellungen, wie es Videos sind, gar nicht so optimal fürs Lernen herausgestellt haben, weil sie eben das Problem haben, dass sehr dichte Information in einer flüchtigen Weise dargeboten wird. Also wenn ich ein Dokumentarfilm im Fernsehen zum Beispiel habe, ohne dass ich da interaktiv eingreifen kann, dann sind durch die schnellen Schnitte und die Informationsdichte, die damit verbunden ist, ist es häufig so, dass es weniger sinnvoll ist, so ein Medium zu nehmen zum Lernen als zum Beispiel eher sich ein Text oder ein illustriertes Kapitel in einem Lehrbuch dazu durchzulesen. Allerdings haben diese Lehrbücher oder diese statischen Textmedien natürlich Nachteile und das, was du hier aufgelistet hast, das sind genau Aspekte, wo man sagen würde, trotz dieser Transienz, trotz dieser Flüchtigkeit und trotz diesen sehr starken visuellen Elementen, haben Videos in diesen Bereichen ihre Vorteile. Wenn es eben zum Beispiel darum geht, dass es sehr lange Verlaufsdauern hat oder sehr schnell abläufende Prozesse sind, dann kann so ein Video durchaus sehr viel an Input sozusagen dem Lernen geben. Dann gehe ich doch mal gleich weiter zum nächsten Aspekt. Wir haben es ja schon mehrmals angesprochen, das Lernen mit Videos überhaupt zu thematisieren. Die Frage mit der vermeintlichen Einfachheit der Videos haben wir ja schon mal besprochen, weil Videos so einfach erscheinen, ist die Lernanstrengung vermindert und die Lernleistung dann geringer. Dann auch, dass viele Lernende einfach noch nicht gewöhnt sind, mit solchen bewegten Bildern zu lernen, weil Texten lernt man das schon in der Schule. Und ich habe jetzt auch noch mal mit angefügt ein sehr bekanntes Video in der Szene von Derek Müller, Khan Academy and the Effectiveness of Science Video. Und der geht, er erläutert stark und hat es auch in seiner Dissertation untersucht, dass häufig Videos so gestaltet sind, dass die Lernenden sagen, ach, das war klar, das war präzise dargestellt. Und dann stellt man fest, wie da auf der Grafik zu sehen, dass sie überhaupt nichts gelernt haben in dem Video. Und sein Vorschlag ist, Misskonzeptionen, also die Fehlvorstellungen von Lernenden, viel stärker in die Videos einzubinden, damit sie Anknüpfungspunkte haben und damit sie sehen, wo ihre eigene Vorstellung tatsächlich noch nicht zutrifft. Denn Videos, die so glatt aussehen, so sagt er, da denken die Lernenden, sie wissen es schon, sie sind dann nicht mehr aufmerksam, sie erkennen gar nicht den Unterschied zwischen ihrer eigenen Fehlkonstruktion und dem, was im Video dargestellt wird und werden im Endeffekt fast in ihrer falschen Annahme bestätigt. Das ist jetzt natürlich schon ein sehr komplexer Ansatz, aber würde das heißen, Stefan, erst mal stimmt es? Und wenn ja, wenn es stimmt, müsste man dann die Konzeption von Lernvideos vielleicht nochmal grundsätzlich überdenken? Ja, also es gibt tatsächlich diesen Effekt des sogenannten Illusion of Knowing, also man lässt die Lerner sozusagen, man macht mit denen nicht nur Tests und schaut, wie viel sie tatsächlich verstanden haben und gelernt haben, sondern man lässt sie auch selber einschätzen, wie viel sie glauben, gelernt zu haben. Und da ist durchaus häufig unter Umständen eine Diskrepanz zu beobachten. Das muss ich jetzt nicht nur auf das Video als solches beziehen, sondern da spielt schon eine Rolle, wie das Video aufgebaut ist. Ich kenne zum Beispiel eine Studie, um jetzt wieder auf diese Vorlesungsaufzeichnung zurückzugehen, da hat man verglichen, einen Dozenten, der sehr eloquent und sehr professionell diesen Inhalt dargestellt hat und den gleichen Dozenten dann nochmal gebeten, das ein bisschen häufiger alles darzustellen, indem man nicht in die Kamera geschaut hat, da man in seinen Aufschrieb und in seinen Notizen herumgesucht hat und es wirkte alles deutlich weniger professionell und die Lerner waren dann im Nachhinein der Meinung, dass sie mit diesem ersten, sehr glatt, sehr professionell produzierten Video und dargestellten Inhalt deutlich besser gelernt hätten als mit dem zweiten. Als man dann die Lernscores angeschaut hat, hat man überhaupt gar keine Unterschiede gefunden. Das wäre also so ein typischer Effekt, dieses Illusion of Knowing, wenn das also sehr professionell gestaltet ist, dann besteht die Gefahr, dass sich die Lerner verschätzen oder überschätzen dahingehend, dass sie glauben, mehr gelernt zu haben, als es tatsächlich der Fall ist. Und da gewissermaßen Haken und Lösen einzubauen, also sozusagen ein gewisses Maß zum Beispiel an Inkohärenz einzubauen, sodass die Lerner mal stützen und nochmal genauer über den Inhalt nachdenken, das sind Strategien, die sich schon beim Textlernen bewährt haben und die man durchaus auch in solchen Videos sich überlegen kann. Also wenn ich jetzt den Chat so ein bisschen richtig mitverfolgt habe, dann gab es da auch die Frage, ist das diese Vorstellung mit der vermeintlichen Einfachheit, die gäbe es doch auch bei anderen Medien oder ist das doch was Typisches für Video, dass es da tendenziell die Lernanstrengung geringer ist? Also das gilt für andere Medien in ähnlicher Weise. Es gab in den 90er Jahren mal eine Diskussion, da gab es einen berühmten Aufsatz, TV is easy and print is tough, daran nennt sich glaube ich auch dieses Tele-Teaching is easy an, wo Kinder verglichen wurden dahingehend, dass sie den gleichen Inhalt einmal mit Texten, einmal mit Videos gelernt haben und sich dann gezeigt hat, dass die Kinder weniger mentalen Aufwand in das Video investiert haben, weil sie der Meinung waren, dass sie es leichter verstehen und dann letztlich dadurch aber weniger gelernt haben, als wenn sie sich mit den Texten auseinandersetzen. Es gibt also diese Diskussion im Vergleich zwischen den Medien durchaus und das trifft jetzt nicht nur Videos, das trifft durchaus auch Animationen beispielsweise oder statische Abbildungen und das andere ist, dass innerhalb der jeweiligen Medien dann eben geschaut werden muss, in welcher Weise die gestaltet sind und ob die eher, wir würden sozusagen von, wir sprechen davon fluen, sie, ob die eine gewisse Flüssigkeit haben für die Lerner, sodass sie das Gefühl haben, dass sie das einfach rezipieren können oder nicht. Das gilt sowohl innerhalb als auch zwischen den Medien. Okay, wir haben jetzt viel mit den Folien im Mittelpunkt diskutiert. Ich schalte jetzt nochmal auf den allgemeinen Diskussionsmodus. Gesehen habe, dass ich einiges im Chat wahrscheinlich nicht so richtig mitverfolgt habe und frage dann mal an meinen Kollegen Philipp Meier, der im Hintergrund den Chat, weiß ich nicht, ob du ihn komplett mitverfolgt hast, ob wir wesentliche Sachen auf dem Chat jetzt nicht mitbekommen haben in der Diskussion. Was sollten wir, worauf sollten wir nochmal eingehen? Bis es soweit ist, greife ich einfach mal die letzte Frage auf. Es ist schlicht eine andere Form des Lernens, je nach Medium. Ja, daran schließe ich an. Haben wir jetzt mit den Videos einfach eine neue, bisher ungewohnte Lernform an Universitäten und verändert sich dadurch die Universität? Ich sage mal zwei Beispiele. Also es gibt immer Beispiele, wo sich das total lohnt. Also zum Beispiel im Sport bestimmte Bewegungsabläufe. Das ist so ähnlich wie mit dem kleinen Experiment, was man mit dem Auge vielleicht nicht sieht. Ich glaube, da gibt es Beispiele, wo ein Video absolut sinnvoll ist. Und wo wir auch gute Erfahrungen gemacht haben, ist sowas ganz Simples wie Hygiene im Krankenzimmer in der Medizin. Und das in Kombination aber mit tatsächlichem Erlernen von Abläufen, weil das einfach nicht jeder so oft machen kann. Das ist einfach räumlich bedingt. Das können das nicht die hunderten Leute da machen. Man schaut sich das vorher in einem Video an und dann verzieht man das nach und dann hat man sozusagen zwei Lernstufen. Also ich denke, man muss immer gucken, wo lohnt sich das? Nicht Video als Allheilmittel, aber wo lohnt sich das? Wo ist es sinnvoll? Und als Universität muss ich daran denken, kann ich das auch für die ganze Universität auch umsetzen, weil Video ist immer irgendwie noch teuer. Stefan, deine Perspektive ändert sich Uni? Ob sich die Uni ändert, bleibt abzuwarten. Was ich beobachte, ist, dass gerade im Bereich des informellen Lernens, des Freizeitlernens, der Auseinandersetzung außerhalb der formalen Bildungsinstitutionen, diese Videos als Informationsmedium eine zunehmend wichtigere Rolle spielen. Das fängt also bei Kochvideos über Gitarrenkurse bis zu Maschinenreparaturen an. Und ich vermute, das ist ähnlich wie mit den Tablets im Unterricht, das sozusagen von außen dieser Impetus immer stärker kommt in die formalen Bildungsinstitutionen, diese Medien dann eben auch in einem formalen Rahmen stärker zu nutzen. Also über kurz oder lang erwarte ich schon, dass diese Medien noch eine stärkere Rolle spielen werden, inwieweit es dann wirklich zu einer kompletten qualitativen Änderung der didaktischen Konzepte, zum Beispiel im Sinne dieses Classrooms führen wird, das bleibt abzuwarten. Da wage ich keine Prognosen. Die Frage nach den Strategien, die man im Ärmel haben könnte, um Videos oder um Lehrende stärker zu motivieren, Videos einzubinden. Das ist natürlich eine Frage für Sie, Herr Gerd. Das ist Unterstützung. Die Strategie heißt, gib dem Lehrenden alles, was er braucht. Und das heißt, wenn Sie mehrere hundert Lehrende an einer Hochschule haben, müssen Sie eine große Organisation sein. Sie brauchen noch die erforderlichen Ressourcen und die Mittel, um das umzusetzen. Die andere Methode ist, Lehrende daran zu gewöhnen. Ich meine, was wir vorhin hatten mit diesen Videobeispielen, unten rechts dieser Aufzeichnung, die Screencasting, das können Lehrende selber machen. Aber Sie müssen es ausprobieren, Sie müssen Lust und Laune haben, es auszuprobieren. Am Anfang vielleicht auch etwas hingeführt werden, dann muss die Lizenzfrage geklärt werden. Auch hier muss Unterstützung sein, das Ding muss ja irgendwo dann hochgeladen werden, und sichtbar werden. Aber mit einer guten Supportstruktur kriegt man Lehrende dahin, um das mal so zu sagen. In der Regel müssten es aber eigentlich die Lehrenden sein, die den Support vor sich her treiben. Das wäre der Idealzustand. Sind wir noch nicht so ganz, glaube ich. Ich fand ja auch, als ich bei Ihnen in Halle den Vortrag gehalten habe, sehr spannend, dass die erste Frage, die dann kam, sich auf Urheberrechte bezog. Also, was muss man an rechtlichen Dingen beachten bei der Video-Einsatz? Ist das einfach auf der ganz praktischen Ebene eine große Hürde? Nee, ich war auch überrascht, dass die Frage kam, ist aber, glaube ich, eher ein Zufall, weil ich denke, das ist eigentlich geklärt. Alles, was mit Videos zu tun hat, urheberrechtlich, ist nicht viel anders, was Publikationen in textlicher Form auch betrifft. Also, man hat genauso das Zitatrecht, man hat genau den 52a vom Urheberrechtsgesetz, da ist keine großen Überraschungen da. Man muss natürlich jetzt darauf achten und Lehrende haben natürlich über Jahre sträflich vernachlässigt, dass ihre Folien, die sie dann im Hörsaal zeigen, eventuell Bilder enthalten, die dort nicht reingehören. Und jetzt sind sie natürlich auf einmal auf Video. Das ist keine neue Situation, das ist nur eine Frage der Konsequenz. Also, ich denke, das ist klärbar und in den meisten Hochschulen ist es, glaube ich, auch schon geklärt. Irgendwie schließt sich ja mich immer noch die Frage an, mit Büchern, mit schriftlichen Materialien haben wir an Hochschulen jahrhundertelang Erfahrungen, sowohl was die wissenschaftliche Aufbereitung als auch was die Lehrbuchaufbereitung betrifft. Klar kann man immer noch optimieren, aber fehlt so etwas für den wissenschaftlichen Videobereich noch? Muss das erst entwickelt werden im Moment? Also auch so Strukturen, die man in Büchern klassisch kennt, Inhaltsverzeichnis, Quellenangaben, solche Dinge. Gibt es doch für wissenschaftliche Videos schon, wo muss das erst entstehen? Stefan? Also, wir haben selber dazu Studien gemacht und in der Tat gefunden, dass die Erschließung von solchen Videos mit Inhaltsverzeichnissen, mit Schlagwortverzeichnissen einen Vorteil bringt. Allerdings nur dann, wenn die Lerner auch zur Nutzung dieser Möglichkeiten gewissermaßen ein Training erhalten. Es ist also nicht selbstverständlich, dass Lernende von sich aus die adäquaten Strategien dann sofort entwickeln, wenn eben solche Angebote gemacht werden. Da müssen zwei Seiten zusammenkommen. Auf der Seite der Anbieter müssen eben solche Strukturen gemacht werden. Nicht nur Strukturen gemacht werden, wenn ich jetzt wieder an Vorlesungen denke, da muss natürlich derjenige, der seine Vorlesung hält, auch entsprechend daran denken, dass zum Beispiel eine Nutzungsstrategie solcher Vorlesungsaufzeichnungen, wenn die adäquat mit solchen Strukturen versehen sind, so ein gewisses Sägezahnmuster ist. Also man steuert bestimmte Folien dann direkt an über das Inhaltsverzeichnis, hört da mal rein und steigt dann relativ schnell wieder aus und kann sich dadurch ganz gezielt bestimmte Bausteinchen aus dieser Vorlesung rausnehmen zu Themen, die einen gerade interessieren. Das erfordert von Seiten des Vorlesenden aber, sich nochmal Gedanken über die eigene Vorlesungsstruktur zu machen in der Veranstaltung. Zum Beispiel kann er dann nicht in der zweiten Hälfte seiner Vorlesung voraussetzen, dass alles aus der ersten schon gehört wurde, sondern er muss davon ausgehen, dass die Leute direkt reingesprungen sind und das bei der Formulierung seiner Inhalte da auch ein bisschen berücksichtigen und sich auch stärker eines journalistischen Stils bedienen, in dem Sinne, dass er zu Beginn der Folie die wichtigsten Sachen sagt und dann sozusagen immer unwichtiger wird und nicht die Argumentation vom Unwichtigen zum Wichtigen aufbaut, weil das eigentlich gegen die Strategien dann laufen würde, die lernen Sie da typischerweise bei solchen interaktiven, mit Inhaltsverzeichnissen aufbereiteten Vorlesungen anwenden. Ich schiebe jetzt mal gleich die gerade reingekommene Frage dazu. Dadurch, dass Jugendliche schon ein anderes Video-Freizeitkonsum verhalten haben, heißt das, dass sich das auch auf das Lernen der Studierenden stark auswirkt? Das ist zu erwarten. Ich habe wenig Daten darüber, wie Jugendliche normalerweise mit Netzvideos umgehen, also die eher solche faktischen Inhalte haben, nicht Musikvideos jetzt beispielsweise oder Spielfilme. Aber normalerweise nimmt man die Medien oder die Mediengewohnheiten, die man aus seinem Alltag kennt, dann natürlich auch als Modelle dafür, wie man mit Materialien umgeht, mit denen man dann im Studium konfrontiert wird. Ich sehe gerade beim Blick auf die Uhr, dass wir schon sehr stark an das Ende unserer Diskussion kommen. Deswegen meine Schlussfrage. Haben Sie so etwas wie einen Traum vom Video-Einsatz an Hochschulen? Ja, und was müsste dazu passieren, damit der umgesetzt werden könnte? Also mein Traum wäre tatsächlich, dass wir an der Hochschule eine Struktur haben, wo jeder Lehrende, der das jetzt wirklich kurzfristig und spontan mal machen möchte, das auch tun kann. Das ist ja noch nicht so einfach. Also zum Beispiel Erklärvideos, wie verhalte ich mich in einem Labor oder sowas, das ist nicht innerhalb von einem oder zwei Tagen gemacht. Das braucht Vorbereitung, das braucht Planung, das braucht Kapazitäten. Bis es dann fertiggestellt ist, das dauert alles. Das ist aufwendig. Nun kann es sein, dass durchaus im Konsumerbereich die Technik so verfügbar und so gut wird, dass wir diese zentralen Support einfach dafür nicht mehr brauchen. Oder dass man das vielleicht doch schon selber machen kann. und man braucht es dann irgendwie nur noch zur Verfügung stellen. Das wäre eine schöne Sache und dass man B natürlich auch weiß, was man tut. Also dass man es lernt, mit Videos umzugehen, die Mehrwerte zu begreifen, auch zu schauen, wofür eignet sich was. Nicht einfach nur, ich möchte Video machen, sondern genau das eignet sich am besten, per Video umzusetzen, dahin zu kommen. Aber das ist wirklich ein Weg, der dauert noch ein bisschen. Also wir sind da mittendrin. Ja, es ist ein großer Umbruch, der passiert, aber ich finde ihn eigentlich ganz positiv und spannend. Ich schließe mich da gleich an. Ich denke natürlich nicht in diesen ganzen Machbarkeitsdimensionen, wie Sie, Herr Gerd, aber von Seiten der Lerner her wünsche ich mir Ähnliches, nämlich, dass wirklich sich die Palette dessen, was an Lernmedien in der Hochschullehre eingesetzt wird, verbreitert, sodass die Lernenden dann mit ganz unterschiedlichen Formen der Wissensvermittlung konfrontiert werden, die zugeschnitten ist auf die jeweiligen Inhalte, um die es geht. Und es kann im einen Fall sinnvoll sein, das mit einem Video zu machen, im anderen Fall mit einer interaktiven Simulation übers Internet und im dritten Fall vielleicht durchaus auch mit einem ganz klassischen Lehrbuch. Und dass natürlich die Präsenzvorlesungen und Präsenzveranstaltungen weiterhin unabdingbar sind, auch um soziale Kontakte zwischen den Studenten und den Lernenden zu ermöglichen, das denke ich, das ist sozusagen im Hintergrund sowieso immer mitgeführt. Prima. Ich lasse es einfach dabei als eine Art Schlusswort. Danke meinen beiden Diskussionspartnern, die, glaube ich, den Dingen, die ich in Halle gesagt habe, nochmal sehr wertvolle, wichtige Ergänzungen zugefügt haben. Danke auch allen, die sich im Chat beteiligt haben und dort auch nochmal Hinweise gegeben haben, die wir jetzt teilweise gar nicht aufgegriffen haben, zum Beispiel Möglichkeiten, wie die Videos schneller abspulen zu können oder auch andere Lernszenarien auszuprobieren mit Videos. Da habe ich zwischendurch gesehen die Anregung, zum Beispiel Videos zur Selbstkontrolle, auch in Präsenzveranstaltungen nochmal einzusetzen, zum Beispiel das eigene Verhalten zu kontrollieren, also einfach auch nochmal das Spektrum der Szenarien zu erweitern. Also ganz herzlichen Dank für die lebhafte Diskussion, auch schriftlich im Chat. Und zum Beispiel dann, sobald die Folie wieder da ist, warum ist die jetzt ganz wieder auf Anfang geschaltet? Dann gehe ich aber stattdessen richtig gleich auf die letzte. Herzlich einladen, dass Sie sich an einem Beitrag aus unserem Themen-Special beteiligen, Pro und Contra Vorlesungsaufzeichnen. Da können Sie Argumente von Experten bewerten. Wie überzeugend finden Sie diese Argumente? Was bedeutet das für Vorlesungsaufzeichnungen? Und natürlich möchte ich Sie ganz herzlich einladen zu unserer nächsten Online-Veranstaltung. Heute in zwei Wochen haben wir zwei renommierte Experten, Prof. Dr. Jörn Lobischach und Prof. Dr. Jürgen Hanke, die beide schon seit langer Zeit Lehrvideos erstellen und in ihren Veranstaltungen einsetzen, auch mit anderen Szenarien, insbesondere in Worded. Die beide geben uns einen Blick in ihre Praxis der Videoerstellung. Sehr schön, wenn Sie dann wieder dabei sind. Und für heute nochmal herzlichen Dank.